Benji, ich bin Level 11. Denk da bitte damit dran. Falls Matze wieder irgendwas murmelt von Klaus zockt heimlich. Ich hab grad den Level 17 ist Matze. Ey, ihr seid gut gespurmt. Yo. Mero, Junge, den Spruch hab ich ja schon Ewigkeit erstmal gehört. Das war doch mal ne Werbung. Das war noch die Zeit, als der Matze auch noch ferngesehen hat. In der Klotze. Du hast auch keine Lampe dran, ne? Nee. Oh, der kommt an mir vorbei in der Rakete. Kannst ja nicht mehr Ausdauer haben, als ich, sag mal, Junge. Wie er da hingeblieben ist, an der Katze. Das klau ich doch nicht. Ich hab trainiert heimlich. Ja, Klaus immer heimlich. Ach, denke, kann hier auch einer drinnen ins Boden sein. Das ist halt das Problem. Wir rennen rein, die Lemminger. Willst du dir die Quest machen denn mit dem? Na, nur Klaus. Musst du die auch noch machen, äh... Naja. Ich geh hoch, schließ auf. Klar, dann pack ich... Wenn wir es schaffen sollten, packe ich meins erstmal den anderen Spot rein. Das dann zusammen machen. Ja, das ist ne gute Idee. Klaus ist so unheimlich pfiffig. So, ich renn runter. Na komm, entweder warst du das, oder ich hab Steps gehört. Wenn ich hier rede, hört ihr im Hintergrund irgendwie so ein Rauschen, oder so? Nö. Okay, gut. Ich hab hier meine kleine Klimaanlage angesetzt, und... Ach so. Die macht ganz schön Alarm. Hast du das, Klaus? Ja, ja. Okay, aber brauchst du ja keinen Stress machen, wir... Nö, mach ja auch nicht. Wir müssen eigentlich noch ins Durmstern... Und dann eigentlich wieder hier zurück, ist richtig... Also, für dich war es ein guter Sporn. Für mich war es... Ungünstig. Ach, du musst in die Baracke, ne? Ja. Von mir aus können wir... Okay, wollen wir dann gleich hier vorne rauslaufen. Ich guck mal nochmal hier. Ach, Klaus, ich tu dir hier das Ding da rein. Ja, mach mal. Hört ihr mich? Ja, jetzt. Ja, jetzt. Irgendwie war ich gerade weg. Oh, also rein tun konnte ich's. Jo, ist drin. Hier mal dankt. Bitte, bitte. Hast du das in einem Sicherheitscontainer? Ja. Sehr gut. Ich bin schon draußen, ne? Ich wollte eigentlich vorne lang, weißt du, so dorms. Oder wir können natürlich auch hinten raus und dann durchs Z und dann... Ja, ich bin wieder drin. Ich bin wieder drin. Ich guck mal hinten in das blaue Ding in der Sunny-Kiste, ob da Morphin ist. Okay. Also, was heißt hinten oder vorn dann? Meinst du vorne an der Mauer? Ja. Okay. Da, wo die Stahltür ist. Ja, genau. Diesen kommischen LK-Schlüssel? Er war bei mir bisher immer offen. Auch wenn ich mit den Leuten eine Quest gemacht hab. Ah, okay. Ich hab da einen Schlüssel auch, Benji. Ah, okay. Dann bring den nachher lieber vorsichtshalber mit. Ja, ich glaube, jetzt wird die Chance, dass es offen ist, immer weniger. Ja. Ich hab schon Krasse gefunden. Ich hab gerade eine Schilder-I-Key gefunden. Was hast du gefunden? Den Schlüssel. Für den Brack. Ah, okay. Der Maschinen-Bow-I-Key. Ja, dann brauchen Klaus ja nicht mitbringen. Wenn ich rauskriege. Ja, das stimmt. Machst du das, Gevran? Jawohl. Oh, da vorne ist das, Gevran. Vielleicht ist er noch umgelegt. Ich denke schon. Elimination? Nö, den hab ich doch nicht umgelegt. Aber er liegt auf der Straße. Hab ich nicht. Nö, ich hab nur noch 44,4 Haltbarkeit. Also es ist ein bisschen riskanter, jetzt reinzurennen. Wie so ein Idiot. Ja, du musst da eigentlich außen die Treppe 3er hoch, ist das, glaubt, der zweite oder dritte Raum rechts, ne? Oder vertue ich mich da gerade? Ich weiß es immer nicht. Welchen Schlüssel hast du dann mit? 303. Ja, dann ist es ganz oben. Ja. Oben, hoch, rein, rechts. Direkt. Ich hab auch kein Licht an der Knifter. Ich guck mal rein. Du kannst ja unten warten, Klaus. Falls ich dort bin, läufst du weg. Du machst dich zum Ausgang. Ja, du hast immer super Pläne, echt. Am besten. Ne 2er ist auch schon auf für dich. Ne 2er? Für eine 3er. Oh, unten. Oh, mich hat er. Schade. Es sind zwei. Ja, hab ich fast gedacht. Tür. 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 Es ist eineucle�데á. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich habe auch keine Energie mehr. Marken ist weg. Bein gebrochen. Vielleicht sehe ich nichts mehr. Das zieht die Gesundheit nur so ab. Das war's für heute. Das war's für heute. Wo ist die blöde 303? Ja, die 133. Das bringt ja nichts. Ich schaff's ja nicht mehr zurück. Aber ich könnte damit rausrennen. Eine Milch, irgendwas. Das war's für heute. 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 Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr mal rennen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.